Herzlich Willkommen zur Rateshow bei Pearl TV. Und für all diejenigen, die vielleicht die Rateshow heute zum ersten Mal bei uns im Programm entdeckt haben, möchte ich kurz noch ein wenig zu den Regeln sagen. Sie sollen diesen geheimen Artikel erraten. Und noch befindet sich dieses geheime gesuchte Produkt in dieser Kugel. Sie bekommen gleich von mir insgesamt zehn Hinweise nach und nach hintereinander auf das gesuchte Produkt. Und wenn Sie möchten, können Sie diesen geheimen gesuchten Artikel natürlich auch am Ende unserer Show bestellen. Selbstverständlich genießen Sie hier einen Rateshow-Sonderpreis. Sie sind gespannt, Sie sind ein wenig aufgeregt, Sie möchten auf jeden Fall mitmachen. Das freut mich ganz besonders, denn hier kommt Hinweis Nummer eins. Hinweis Nummer eins auf das an dieser Stelle gesuchte geheime Produkt lautet, es hat eine Stromversorgung über Mikro-USB. Ja, wenn Sie gedacht haben, wir machen es Ihnen so leicht, sind Sie da schief gewickelt. Hinweis Nummer zwei verrät Ihnen, wir haben eine dynamische Helligkeitsanpassung. Das kann eine ganze Menge bei uns aus dem Sortiment sein. Hinweis Nummer drei bringt vielleicht etwas mehr Licht in die Sache. Wir haben eine Full-HD-Auflösung bei unserem geheimen gesuchten Produkt. Hinweis Nummer vier ermöglicht Ihnen den weltweiten Fernzugriff auf das gesuchte Produkt. Ganz einfach per App. Hinweis Nummer fünf macht es vielleicht noch etwas interessanter. Wir reden von Infrarot-Nachtsicht in bis zu zehn Meter Entfernung. Ja, haben Sie schon eine Idee? Schon irgendeine Tendenz oder tappen Sie noch völlig im Dunkeln? Wir zeigen Ihnen Hinweis Nummer sechs. Das gesuchte Produkt hat eine Baby-Schrei-Erkennung. Das passt mal so gar nicht ins Bild, oder? Wir werden es gleich auflösen. Aber vorher kommt Hinweis Nummer sieben. Das gesuchte Produkt hat eine Gegensprech-Funktion. Der eine tappt im Dunkeln, der nächste hat schon eine brauchbare Idee. Hinweis Nummer acht verrät Ihnen. Der gesuchte Artikel schwenkt horizontal um 360 und vertikal um 75 Grad. Ein wenig flatterhaft wird es vielleicht mit Hinweis Nummer neun. Wir reden hier von einer Objektverfolgung und Körpererkennung. Für den einen rundet das das Thema ab, für den anderen bedeutet das völlige Ahnungslosigkeit. Hinweis Nummer zehn bringt Sie vielleicht dem gesuchten Artikel näher. Wir sprechen von Überwachung bei Tag und auch bei Nacht. Denken Sie noch mal einen kleinen Augenblick drüber nach. Und raten Sie bitte mit, was könnte es sein? Was suchen wir heute in unserer Rateshow? Wir lösen auf. Hier kommt das geheime gesuchte Produkt. Als es um die Überwachung ging, möchte ich wetten, war der eine oder andere schon ganz vorne mit dabei. Tagessicht und Nachtsicht natürlich auch ein riesengroßes Thema. Speziell dann, wenn man von einer Überwachungskamera spricht. Und wenn ich mir das noch so mal vor Augen führe, noch vor zehn Jahren ungefähr, waren Überwachungssysteme einfach nur unverschämt teuer. Waren mit enorm viel Kabellage verbunden. Da musste man einen Spezialisten kommen lassen, der ihn das Ganze einbaut. Heutzutage sieht die Welt dann doch noch etwas anders aus. Die Überwachungskameras von Pöll TV sind nicht nur leistungsstark, sondern bieten auch einen Luxus, einen Service, der ihresgleichen an anderer Stelle sucht. Wir reden von einer Pan-Tilt-Überwachungskamera. Und Pan-Tilt bedeutet, dass diese Kamera nicht einfach nur ein gestochen scharfes Bild in Full-HD-Auflösung bietet. Sie haben hier, und das macht die Kamera völlig automatisch, wenn sie ein bewegliches Objekt erkennt, die Möglichkeit ganz einfach nach oben und nach unten diesem Objekt zu folgen. Und natürlich auch nach links und nach rechts. Das heißt horizontal und vertikal in den gerade in den Tipps vernommenen Grad zahlen. Selbstverständlich nimmt die Kamera das Gesehene sofort auf. Sie können einen Speicherstick ranpacken, aber das Interessante daran ist natürlich auch der Punkt, dass jederzeit per kostenloser App von Ihrem Smartphone, von Ihrem Tablet-Computer einen weltweiten Zugriff auf das Live-Bild in Echtzeit haben. Schön natürlich nicht nur das Bild, sondern auch der eingebaute Ton. Eine Gegensprechanlage bringt Sie dem Hinweis Babyschreifunktion sicherlich auch ein wenig näher. Und das Ganze eben nicht mit einer unverbindlichen Preisempfehlung vom Hersteller von knapp 130 Euro. Ich habe Ihnen einen Rateshow-Sonderpreis versprochen, aber ich verspreche das halblich. Sie genießen diesen Artikel für gerade mal 29,99 Euro. Und ich denke nicht nur die Funktionen, sondern auch der Preis sind so attraktiv, dass Sie gerne bestellen möchten. An dieser Stelle können Sie das tun mit der Bestellnummer NX 4929 und der 569. Verraten Sie uns an redaktion.tv, wie Ihnen unsere Show gefallen hat und haben Sie noch einen wunderschönen Tag.